Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind jetzt hier bei Mark Monetti's Coffee Time Teil 3 und heute geht es um folgende Themen. Einmal Marktwertanalyse 330i N52 B30. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, weiter geht es nach dem Intro. Falls du dich wundert, warum jetzt hier so Blumen und sowas sind, liegt daran, ich hatte am Freitag Geburtstag, dieses Jahr am Freitag und das sind noch meine Geburtstagsblumen. Yeah! Ja, aber jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Und zwar habe ich ja in den letzten Videos meinen BMW vorgestellt und einmal meine Ausstattung gezeigt, welche Ausstattung er hat. Aufgrund dieses Videos ist ein ziemlich interessantes Thema entstanden und zwar die Marktbewertung oder Verkaufspreis vom 330i. Und das ist eigentlich ein ziemlich großes und ein sehr interessantes Thema, wie ich finde, denn es fließen sehr viele verschiedene Faktoren in diese Bewertung mit ein. Man kann natürlich einmal sagen, es gibt hier reine Marktbewertung, das heißt, man geht irgendwie nach diesen Schwackelisten oder wir kaufen ein Autolisten und sowas und guckt halt, was die dafür geben, also die Standardbewertung. Und dann gibt es natürlich aber auch die wirkliche Bewertung auf dem Markt aufgrund der bestimmten Merkmale, die das Auto nun mal hat. Da wurde auch die Frage gestellt, unter anderem, wie würde ich mein Auto bewerten oder welchen Verkaufspreis würde ich dafür verlangen wollen. Und da das sehr interessant ist, möchte ich das mit euch mal ein bisschen besprechen. Vom Gefühl her würde ich sagen, mein Auto würde ich ungefähr für 15,5, 15 reinstellen. Und warum? Das sage ich euch jetzt. Der Punkt ist, es gibt wenig 330is auf dem Markt, gerade im i90 und auch sehr wenig gut erhaltene 330is und vor allem auch welche mit verhältnismäßig wenig Kilometern drauf. Und ich möchte mal Folgendes machen jetzt mit euch zusammen und zwar würde ich mal mobile.de anwerfen und mal euch so einen kleinen Eindruck verschaffen, wie das Ganze denn so aussieht und wie der Markt aussieht. Um das Ganze ein bisschen einzugrenzen, ich habe jetzt gesucht BMW 330i aus 2005 bis 2014, weil danach kommen mir die F30 Modelle, also die Vierzylinder 330i, die jucken uns ja nicht, also deswegen unwichtig. Autos mal gemacht bis 130.000 Kilometer, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen und natürlich nur Benziner und auch mal nur speziell nur N52 B30, nicht die N53. Bevor ich die Suche jetzt mit euch starte, möchte ich mal, dass ihr Folgendes macht und zwar schreibt man in die Kommentare, wie viele Treffer, wie viele Suchergebnisse ihr erwartet. Und zwar einmal, wie viele mit Automatikgetriebe und wie viele mit Schaltgetriebe ihr erwartet. Das würde mich interessieren, was ihr denkt, wie viele Ergebnisse wir kriegen. Ich habe da schon seit längerem ein ganz gutes Gefühl für, aber kommentiert das mal ganz schnell und dann gehen wir mal gemeinsam in die Suche. Dann habe ich ein bisschen eingegrenzt, ich will kein Chip-Tuning, also das heißt, die Autos sollen Serie sein, das heißt 250 bis 260 PS habe ich eingestellt und den Hubraum begrenzt, einfach nochmal um die 2 Liter Vierzylinder auch nochmal auszuselektieren. Insgesamt habe ich hier, das sehen wir auch hier, 107 Treffer. So, und jetzt kommt aber der entscheidendste Faktor und zwar 107 Treffer, denkt man eigentlich, ja, das ist ja schon, es ist jetzt nicht viel, das ist aber auch nicht wenig, es ist halt ein kleiner, kompakter Markt, auf dem wir uns gerade befinden. Wenn ich aber jetzt Folgendes mache, und zwar interessiert mich persönlich halt Automatikgetriebe überhaupt nicht, Schaltgetriebe und dann, nee, nicht abbrechen, und dann aktualisieren wir nochmal, wie viele Suchen wir haben und wie viele Ergebnisse wir finden. Das krasse ist, 8, 8 Treffer, 330i, N52, B30, Schaltgetriebe unter 130.000 Kilometer, deutschlandweit 8 Stück und das ist echt ein Witz und da ist genau der Punkt, wenn man jetzt schaut, 330i, okay, schönes Blau, aber keine Ausstattung drauf, kein Navi drauf, Sportsitze, Sitzheizung, keine originalen Felgen, jedenfalls auf dem einen Foto nicht, ja, ist halt leere Hütte, ne. Dann der nächste, 9250, hat schon mal Xenon, ist schon mal gut, aber irgendwelche hässlichen Felgen drauf, sonst halt nackt, keine Sitzheizung, keine Sportsitze, kein normales Lenkrad, einfach kein Navi, kein gar nichts, also nackte Hütte und dafür halt 9,2 und dann geht das Ganze so weiter, X-Drive kann anfällig werden, aber hat dafür M-Paket, checken wir mal auch mal aus, Xenon am Start, M-Paket, Sportsitze, Ledersitz ist schon mal ganz gut, Memory-Sitze, Navi-Prof, M-Lenkrad, Schaltknauf, Handbremse, Sitzheizung, so okay, 9,5, 70.000 runter, aber da merkt man schon, es kommt immer dran an, wie ist der Pflegezustand, wie steht das Auto da, woher kommt das, ist das irgendein Kilometer-Dreher oder ist das in der Nähe von Berlin, Autos, die aus der Nähe von Berlin sind, sind immer sehr kritisch, weil nah an Polengrenze und da immer wieder gerne Unfallautos repariert werden und sowas, ich persönlich würde kein Auto aus der Nähe von Berlin kaufen, einfach grundprinzipiell nicht und dann kommt es auch immer drauf an, BMW, Privat, irgendein Ali-Fähnchenhändler oder sowas, sind alles entscheidende Faktoren, um zu gucken, wo die ganze Reise halt hingeht. Nächste Karre geht weiter, wieder 33i, Xenon am Start, keine originalen Felgen, Sportledersitze, Teilledersitze, M-Lenkrad, das ist aber völlig abgewichst, scheiße aus, kannst direkt neu investieren, Klimaanlage, nicht mal Automatik, kein Navi, 10,9, so einfach mal um zu gucken, wo das ganze hingeht, der hat kein Foto, 330i M-Paket für 12,5, dann sieht man hier schon gleich, nicht verbastelt, aber gebastelt, also irgendwelche komischen Männchen da drin, ich persönlich mag getunete Autos nicht kaufen, ich finde das irgendwie nicht so nice, ich würde gerne lieber welche kaufen, die halt Standard sind und da nicht viel rumgebastelt worden ist, also auch wenn so Kleinigkeiten sind, Grills vorne und diese Streifen, der Heckflügel, der kleine, gefällt mir auch nicht, Felgen auch nicht so nice, 12,5 will er dafür haben und dann silbernes Auto, graue Sitzausstattung auch eigentlich nicht so geil, Turing juckt mich nicht und dann der nächste, 330i, silber M-Paket, sieht sehr ähnlich zu meinem aus, original Felgen, das ist ganz nice, Schiebedach am Start, M-Paket, geteilte Rücksitzbank, komplett N-Innenraum, Sitzheizung, Navi-Prof, Memory-Sitze, Vorleder, schwarzes Dach, Schiebedach, 15,9 und das ist der Punkt, ich habe ganz ehrlich mir die Mark vorher nicht angeguckt, das habe ich jetzt live mit euch gemacht und habe live mit euch die Autos ausgecheckt und wenn ich jetzt vergleiche, was hat da hier, erste Hand, Keyless Go, Navi Xenon, aber da fehlt zum Beispiel Sachen wie Aktivlenkung, ich checke das mal hier alles aus, dann fehlen Sachen wie, was hat denn alles, Sitzheizung, Komfortzugang, ja okay, HiFi habe ich auch, Sportfahrwerk, Geschwindigkeitsregional, normales Tempomat, aber kein Adaptive Cruise Control, er hat keine Aktivlenkung und Ausstattung von dem Ding ist echt gut, keine Frage, er hat dafür M-Paket, ich habe dafür kein M-Paket, aber ich habe dafür die bessere Ausstattung und in diesem Zusammenhang würde ich einfach sagen, so gerade wenn man sich auf diese Autos beschränkt, ist es natürlich so, wenn du halt eine gute Ausstattung haben willst in dem Auto und du willst auch ein gut solides Auto haben, was nicht verbastelt ist, der letzte hier, der Silberne mit M-Paket für 15,9, den finde ich echt ganz nice, Baujahr 0-2007, 120 gelaufen, erste Hand eigentlich geil, Silber, Ausstattung ist echt nice, aber kein ACC 15,9 und da ist genau der Punkt, da geht es halt hin, weil es ist der letzte Schalter, es ist der letzte reine BMW-Sauger, der auch keine Direktanspitzung hat, das heißt Sounderlebnis viel besser, technische Anfälligkeit viel, viel, viel geringer, der hat so seine 3, 4 kleine Kinderkrankheiten, aber die Technik in N53, da kann deutlich mehr in die Brüche gehen, da habe ich auch von jemandem gerade eine echte große Misere, du weißt ganz genau, wen ich meine, hat super viel repariert und echt gut Kohle reingesteckt und beim N52 ist es einfach noch solidere Technik, da mache ich noch mal ein Video, was alles so in den Arsch gehen kann, aber es ist einfach die solidere Technik und aufgrund dieser Tatsache, weil der Markt auch einfach echt klein ist, ich meine 8 Autos, das ist keine Auswahl, mit 8 Autos da einen guten zu finden, so würde sich auch der Preis zusammensetzen, 15,5, 15,9, ja, es ist halt, man merkt in welche Richtung das Ganze geht, es ist halt nicht irgendeine Standardbude, sondern es geht halt in eine bestimmte Richtung mit dem Auto und deswegen würde ich auch den Preis so gesehen auch als gerechtfertigt sehen, weil das Auto halt von aussterbenden Sorte ist, also nehmen wir jetzt irgendeinen Standard Golf, wo es Millionen von gibt und irgendwie einen gammeligen 1.4er und da stellt einer den wegen der ein bisschen besseren Ausstattung hin, gleich 3.000, 4.000 Euro über Marktwert oder sowas, da würde ich schon sagen, so, hey, da gibt es auch die Dinger wie Sand am Meer, aber hier sieht man 8 Autos als Schaltgetriebe, ist ein Witz, also 8 ist echt gar nichts und ich kann natürlich die PS-Zahl hier mal aufmachen, um auch die N53 mit dazu zu holen und auch die Coupés und Cabrios, Cabrio war immer N53, aber Coupé auch N52 B30 mit 272 PS, die habe ich jetzt mal komplett ausgeschlossen, als Schaltgetriebe insgesamt 38, 38 Autos, deutschlandweit N52 und N53 als Schaltgetriebe von den 330er Modellen und das ist trotzdem halt echt wenig, also das ist heftig. Hier kommt sogar noch ein 2 Liter Müll dazu, aber so bewegen sich dann die Preise einfach, das finde ich schon, ja, wie gesagt, sehr interessant und aufgrund dieser ganzen Faktoren, dass der Wagen sehr rar auf dem Markt ist, dass es nicht viele davon gibt, dass vor allem Schaltgetriebe doppelt rar sind, haben wir ja gesehen, das ist ja ein Zehntel von dem, was es sonst gibt, 108 Autowarns, 100 Fallen weg, 8 bleiben überall Schalter, das ist brutal und ja, gerade aufgrund dieser ganzen Faktoren, wo halt die Autos sehr rar sind und wo man dieses spezielle Auto bzw. diesen speziellen Motor sucht, ist natürlich da der Markt dementsprechend auch höher bepreist. Ich kann es auch verstehen, wenn einer einen geleckten, gut dastehenden E46 330 CI, also Coupé oder Cabrio verkauft mit einer geilen Ausstattung, weil die Dinger sind rar, mit wenig Kilometer, gut gepflegt, ja natürlich, ein gut gepflegtes Auto und ein Auto mit wenig Kilometer runter und aus einer Liebhaberhand hat natürlich auch einen anderen Wert als eine abgewrackte, keine Ahnung, Daily Hure, die einfach nur runtergeschrubbt ist und dann einfach irgendwie dann halt mal weiterverkauft wird. Also das macht schon erhebliche Unterschiede für den Preis aus und gerade auch schaltet da nochmal eine ganz andere Welt als ein Automatik-Auto, weil Automatik 330i gibt es deutlich mehr, dementsprechend ist der Markt auch größer und man hat mehr Auswahl und natürlich Angebot-Nachfrage ist natürlich auch immer so ein ganz wichtiger Schlüssel für die Bepreisung von einem Auto. Das sind so einmal meine Eindrücke zu dem Ganzen, also ich lag da anscheinend mit meinem 15.5, die ich für mein Auto im Gefühl hätte, ganz gut und natürlich Tuning halt nicht mit eingerechnet, kann man halt nie mit verkaufen, großartig ist es sein, du hast wirklich genau so einen Spinner, wie du selbst einer bist, der genau die Karre so haben will, wie du sie hast. Ich persönlich würde immer lieber unverbastelt kaufen und dann selber nachträglich basteln, basteln, ne, so meine Veränderung machen, aber im Großen und Ganzen ist das glaube ich eine ziemlich interessante Thematik. Habt ihr sonst noch irgendwelche Ideen oder Anregungen oder irgendwelche Themenvorschläge, die wir mal auf meinem Kanal durchsprechen sollten? Wenn ja, kommentiert bitte mal, das würde mich auf jeden Fall sehr doll freuen, wenn ihr das Ganze macht. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, meinen Kanal abonniert und auch die Glocke drückt, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn nicht ein nächstes oder wenn mein nächstes Video veröffentlicht wird. Ansonsten wünsche ich euch frohe Ostern, schöne Feiertage und fahrt vorsichtig. Bis denn, Peace! Kann ich das Mikrokeramik einfüllen in einen aktuell bestehenden Ölwechsel? Bis zum nächsten Mal.